Die Stadt Hamminkeln liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Wesel im Regierungsbezirk Düsseldorf. Hamminkeln ist die jüngste und flächengrößte Stadt des Kreises Wesel. Mit ihren 164,54 Quadratkilometer liegt sie auf Platz 28 aller nordrhein-westfälischen Kommunen. Zwei Drittel des Stadtgebietes liegen im Naturpark Hohe Mark Westmünsterland. Hamminkeln ist der Niederrhein-Tourismus GmbH in Viersen angeschlossen, kooperiert aber auch mit der Ruhr-Tourismus GmbH. Geografie Die Stadt Hamminkeln liegt zwischen Buchhold im Norden und Wesel im Süden. Die Issel durchfließt von Ressfeld kommend das Stadtgebiet bis an die Stadtgrenze Wesels, um von dort nach Nordwesten verlaufend in Werterbruch das Stadtgebiet nach Isselburg zu verlassen. Der Rhein befindet sich vom Ortsteil Hamminkeln aus etwa 12 Kilometer westlich. Von Hamminkeln bis zur niederländischen Grenze sind es etwa 16 Kilometer. Ungefähr zwei Drittel des Stadtgebiets liegen im Naturpark Hohe Mark Westmünsterland. Zur Stadtgrenze nach Wesel liegt das Naturschutzgebiet Diesforter Forst Großes Wien. Die Stadt Hamminkeln gliedert sich in sieben Ortsteile, von denen die Ortsteile Hamminkeln und Ringenberg den geografischen Mittelpunkt des Stadtgebiets bilden. Die Ortsteile Dingden und Meerhock sind die weiteren Siedlungsschwerpunkte im Stadtgefüge. Die übrigen Ortsteile sind Brünen mit Marienthal, Loikum und Werterbruch. Nach bargemeinten Städtegeschichte Die Hamminkelner Issel war bereits seit Römerzeiten eine natürliche Grenze. Die Römer errichteten hier zusätzlich Grenzwelle, die mit der clever Landwehr gleichgesetzt werden. Zur Zeit der Völkerwanderung um 350 bildete die Issel die Grenze zwischen den christlichen Franken im Westen und den Sachsen östlich des Flusses. Der Fluss war die Grenze der Christianisierung. Im Jahr 779 überquerte Karl der Große im Gebiete der heutigen Römerrast gelegen zwischen den Hamminkelner Ortsteilen Dingden und Loikum. Mit seinem Herr die dortige Isselniederung. 843 wurde durch den Vertrag von Verdun das Karolinger Reich entlang der Issel als Grenzfluss geteilt. In das Ostreich von Ludwig dem Deutschen und das Mittelreich von Kaiser Lothar. 946 wurde Hamminkeln als Hamwinkel erstmals urkundlich erwähnt. Im Ortsteil Ringenberg diente die gleichnamige Wasserburg erbaut von Süder von Dingden als Grenzfeste. Im Dreißigjährigen Krieg zerstört, wurde die Burg als Schloss im Stile des niederländischen Barocks durch den kurbrandenburgischen Generalfeldmarschall Alexander Freiherr von Spen wieder aufgebaut. Im Siebenjährigen Krieg besiegte am 5. August 1758 in der Schlacht bei Meer der braunschweigische Generalleutnant Philipp von Imhoff die französischen Truppen unter General François de Chervert. Am 24. März 1945 wurden im Rahmen der Operation Versity von den Alliierten große Gebiete von Hamminkeln als Landezone für Lastensegler und Fallschirmspringer genutzt. Ihr Ziel war bei Wesel einen Brückenkopf über den Rhein zu bilden, nachdem der Rheinübergang in Arnheim-NL gescheitert war. Die Operation Versity war die größte Luftlandoperation der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges. Am 1. Januar 1975 wurden im Zuge des zweiten Neugliederungsprogramms die bis dahin selbstständigen Gemeinden Hamminkeln und Ringenberg des ehemaligen Amtes, Ringenberg, die Gemeinden Loikum und Werterbruch sowie der Ort Meerhuck des ehemaligen Amtes Haldern und die Gemeinde Brünen des ehemaligen Amtes Schermbeck, sowie die westfälische Gemeinde Dingden im Kreis Borken zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Gleichzeitig wurden wesentliche Teile der ehemaligen Kreise Dinslaken, Mose und Res mit Teilgebieten der Kreise Borken und Recklinghausen zum neuen Kreis Wesel zusammengefügt. Hamminkeln führt seit 1995 nach Überschreiten der Grenze von 25.000 Einwohnern den Titel Stadt 1975, 19.588, 1980, 22.507, 1985, 23.880, 1990, 25.440, 1995, 27.330, 1998, 26.985, 1989, 27.183, 2000, 27.161, 2001, 27.209, 2002, 27.386, 2003, 27.404, 2004, 27.504, 2005, 27.478, 2006, 27.579, 2007, 27.650, 2008, 27.939, 2009, 27.996, 2011, 27.639, 2012, 26.284, 2013, 26.369, Politik, Stadtrat und Bürgermeister die 38 Sitze im Stadtrat verteilen sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 folgendermaßen auf die einzelnen Parteien. Bürgermeister der Stadt Hamminkeln ist seit dem 20. Oktober 2015 Bernd Romanski, der Regierungspräsident in Düsseldorf hat der Stadt Hamminkeln mit Urkunde vom 11. November 1977 das Recht zur Führung eines Wappens und Dienstsiegels und mit Urkunde vom 6. Bedeutung das Grün als Grundfarbe des Wappens symbolisiert die niederrheinische Landschaft, während die große Kreisfläche für die Stadt Hamminkeln und die sieben kleinen Kreisflächen für die frühe eigenständigen Gemeinden und Gemeindeteile stehen. Die Lilienhaspel weist auf die historische Zugehörigkeit aller früheren Gemeinden zum Herzogtum Kleve hin. Der Wellenbalken symbolisiert die durch die Stadt fließende Issel. Dienstsiegel Das Siegel zeigt in schwarz-weißer Tüngierung die Embleme des Wappens. Flaggenbeschreibung Das Banner zeigt auf grünem Fahnentuch die Embleme des Wappens. Die Stadt Hamminkeln unterhält Städtepartnerschaften mit der englischen Stadt Setschfield im County Dorhem seit 1982 und mit der polnischen Gemeinde Schmilnow seit 1999. Mit der brandenburgischen Gemeinde Neuhardenberg bestehen seit 1990 Kontakte durch die im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung geleistete. Verwaltungshilfe Wirtschaft, Kultur und Infrastruktur Wirtschaft Hamminkeln ist eine Mittelstadt mit ländlichem Charakter. Der Ortsteil Dingden ist bundesweit ein Schwerpunkt textilverarbeitender Industrie. Wichtige Arbeitgeber der Stadt sind der direkt an der AA3 liegende deutsche Bekleidungsfilialist Bonite die Johann Borges KG, die Gerhard van Kleve GmbH & Co. KG, die SETEX Textil GmbH, U, W, Schmeng GmbH & Co. KG, die Maybomb GmbH Textilvertrieb, die Akademie Klausenhof GmbH, die Elektrotechnik Eimers GmbH, die Max Bögel Fertigteilwerke GmbH & Co. KG, die GTA Maschinensysteme GmbH, die Wattwärmeaustauschtechnik GmbH & der international bekannte Motorradhersteller Dunderbike. Im Ortsteil Hamminkeln ist die 1852 gegründete Feldschlösschenbrauerei ansässig, die verstärkt auf Malzbiere spezialisiert ist. Ebenfalls ist dort die Obstkälterei von Namen KG ansässig, die seit einigen Jahren Hoflieferant des Bundespräsidenten ist. Als letzte der ehemals sieben Schnapsbrennereien in Ortsteil Ringenberg ist die Bowenker GmbH übrig geblieben. Der einzige Winzer am Niederrhein ist im Ortsteil Werterbruch zu finden. Das Weinkontor Kloster Kraul betreibt hier ein Weinfreilichtmuseum. Neben dem viele tausend Besucher zählenden Bikerfestival Jokafest auf dem schon bekannte Bands aufgetreten waren, finden zahlreiche klassische Veranstaltungen wie die renommierte Konzertreihe auf Gut Rodehorst oder die Marientaler Abende statt. Siehe auch, Schienen- und Busverkehr im Schienenpersonennahverkehr ist die Stadt Haminkeln über drei Bahnhöfe erreichbar. Über die Bahnhöfe Haminkeln und Dingden an der Bocholter Bahn, die von der Regionalbahn der Bocholter Wesel-Bocholt mit Anschluss an den Rheinexpress in Wesel bedient werden und über den Bahnhof Meerhook an der Hollandstrecke, der vom Rheinexpress und in der Hauptverkehrszeit von der Regionalbahn der Weseler bedient wird. Durchgeführt wird der Schienenpersonennahverkehr von der DB-Region NRW. Im Straßenpersonennahverkehr ist das Stadtgebiet durch fünf Buslinien und ein Anrufsammeltaxi erschlossen. Für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr gilt der Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr und Tarifraum überschreitend der NRW-Tarif. Haminkeln ist durch die Bundesautobahn 3 und die Bundesstraßen 8, 70 und 473 an das Fernstraßennetz angebunden. Bilder Haminkeln e.V. Kirche Haminkeln Kat Kirche Persönlichkeiten Wilhelm von Lanz 1947 in Charlottenburg Admiral der Kaiserlichen Marine Augustinus Winkelmann Pfarrer in Marienthal Förderer bildender Kunst im Sakralenraum Hildegard Bien bildende Künstlerin Heinrich Meyers Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Josef Anton Kruse E.M. Leiter des Heinrich-Heine-Institutes in Düsseldorf Michael Merker Bildhauer Dozent für Steingestaltung an der Akademie Klausenhof Maria Kleinschmeink Politikerin der Grünen Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009 Ralf Migelbrink Professor für Systematische Theologie an der Universität Duisburg-Essen Wolfgang Buschford Sozialwissenschaftler, Fernsehjournalist und Sachbuchautor Claudia Wissmann Lichtkünstlerin Thomas Großbölting Historiker Corinna Schröder Fußballspielerin Jens Hasbeam Hildegard Ich midd